Ausbildung bei Robert Thomas Die Firma Robert Thomas in Neunkirchen wird bereits in der vierten Generation von der Familie Thomas geführt. Unsere Marken Thomas und Soto stehen für Tradition und Innovation. Thomas entwickelt, produziert und vertreibt rund um den Globus hochwertige Staub- und Wassersauger mit einzigartiger Wasserfiltertechnologie. Roto ist ein weltweit führender Hersteller im Bereich Ziegeltrocknung und Betonsteinaushärtung. Als zertifizierter Ausbildungsbetrieb mit familiärem Klima bieten wir eine Vielzahl an anerkannten Ausbildungsberufen im gewerblich-technischen und kaufmännischen Bereich. Heimatnah, familiär und mit gutem Arbeitsklima bestätigen uns unsere Azubis. Neben einer persönlichen Betreuung durch unsere Vollzeitausbilder in unserer Ausbildungswerkstatt gehören viele Angebote wie Werksinternerunterricht, Auslandspraktika, betriebliche Gesundheitsvorsorge, Weiterbildungsangebote und organisierte Ausbildungsfahrten zum festen Bestandteil unserer Ausbildungsstellen. Wir bieten viele Ausbildungsberufe aus dem gewerblich-technischen und kaufmännischen Bereich an. Für alle Bewerberinnen und Bewerber mit Abitur sind auch die dualen Studiengänge im Bereich Maschinenbau, Business Administration oder Wirtschaftsingenieurwesen interessant. Wir freuen uns auf eure Online-Bewerbung. Wichtig ist eine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf mit Lichtbild sowie den aktuellen Jahreszeugnissen unter karriere.obert-thomas.de. E-slash-jobs E-slash-jobs